Wenn ich im siebten Stock laufe mit 45 Kilo Zusatzgewicht und komme oben an, muss ich arbeiten können. Das heißt, ich muss im schlimmsten Fall mit meiner Schusswaffe agieren und muss dann auch treffen auf das, was ich schieße. Das sind keine schießwütigen Rambos und das sind auch keine Adrenalin-Junkies, wie man immer gesagt hat. Das sind eigentlich in der Regel alles sehr geerdete Menschen, die Familie haben, die wieder nach Hause möchten. Du kriegst jetzt so eine Beamtenantwort, pass auf. Ich bin Kuni, 29 Jahre alt und war vier Jahre SEK-Einsatzbeamter. Wie oft wurdest du schon nach dem Sondereinsatzkommando gefragt? Unzählige Male. Wenn ich dafür einen Euro bekommen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch ausgesorgt. Also es ist wirklich tatsächlich eine sehr, sehr häufig gestellte Frage, beziehungsweise Aussage, dass Leute sagen, hey, du arbeitest ja beim Sondereinsatzkommando statt beim Spezialeinsatzkommando. Und was ist richtig? Spezialeinsatzkommando ist richtig und wir sagen gerne immer, wir sind Spezialisten, aber nicht sonderbar. Grundsätzlich beschäftigt sich das Spezialeinsatzkommando natürlich mit erhöhten Gefährdungslagen. Das heißt, überall, wo eine Schusswaffe im Spiel ist, kommen wir auf jeden Fall. Und dann ist es ein bisschen immer abhängig der Länder. Denn Polizei ist ja Ländersache, das heißt also jedes Bundesland kann die Erlasse und Verfügung für seinen Spezialeinsatzkommando festlegen. Was bedeuten kann, in NRW kann das SEK zum Beispiel eher ausrücken als wir in Niedersachsen, weil die einfach eine niedrigere Hemmschwelle im Erlass haben als wir zum Beispiel in Niedersachsen. Aber grundsätzlich kann man grob sagen, und das gilt für alle Bundesländer, das sind Terrorlagen, denn dafür ist nicht nur die GSG 9 zuständig, sondern halt auch die örtlichen SEK. Dann sind es halt erhöhte Gefährdungslagen mit Schutzwaffe, Messerlagen in Wohnungen, die unübersichtlich sind, wofür die normale Streifenpolizei keine Ausbildung hat. Denn das ist am Ende des Tages nämlich genau das, was wir machen. Wir sind eine Service-Dienststelle für die normalen, und das meine ich nicht respektierlich, Polizeieinheiten, wenn die nicht mehr weiterkommen, weil wir halt Spezialisten in diesem Bereich sind, um diese Aufgabenstellung zu lösen. Wie bist du zum SEK gekommen? Das ist eigentlich der ganz normale Polizeiweg. Das heißt, du musst ganz normal deine Polizeiausbildung machen und danach, nach dem Studium, dich dann für den Grund- und Ausbildungslehrgang bewerben, den Einstellungstest machen. Und wenn du den bestehst und das alles passt, dann kannst du deine Verwendung antreten. Was wolltest du als kleiner Junge werden? Ich wollte Fußballprofi werden. Ich glaube, wie viele Jungs in meiner Generation zu dem Zeitpunkt, ich war auch relativ dicht dran. Also ich habe 14, 15 Jahre lang wirklich Fußball im Leistungssport betrieben, habe auch schon sehr hoch Fußball gespielt, Jugendregionalliga, Jugendniedersachsenliga. Das war zu meiner Zeit damals unter der Jugendbundesliga somit das Höchste, was man spielen konnte. Habe mit Fußball zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon Geld verdient über den Verein in der Jugend und musste diesen Kindheitstraum dann durch eine Verletzung begraben, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist tatsächlich. Also ich habe, ohne jetzt zu lügen, den kompletten Heimweg damals, als ich den Jugendvertrag aufgelöst habe, geheult wie ein Schlosshund in der U-Bahn. Ich hatte einen Knoppelschaden im Knie und bin dann danach zur Polizei gegangen, weil es für mich nur Polizei oder Bundeswehr neben dem Fußball gab. Und ja, habe mich dann für die Spezialeinheit entschieden, weil das hat mich als Kind schon immer fasziniert, neben dem Fußball. Aber den Haupttraum musste ich so mit 18 ungefähr schmerzlich begraben. Was sind die klassischen Einsätze als SEK-Beamter? Das ist am Ende des Tages ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich gibt es da natürlich, wie gesagt, auch psychisch kranke Leute, die durchdrehen. Und man muss dabei halt immer wieder beachten, dass wir nicht dafür da sind, jetzt einfach da reinzugehen und Leute festzunehmen, sondern wir sind immer darauf bedacht, dass keiner zu Schaden kommt. Weder wir noch unser Gegenüber. Und gerade bei psychisch kranken Menschen, die vielleicht eine Persönlichkeitsstörung haben oder eine gespaltene Persönlichkeit haben, ist es natürlich super schwierig, für den Streifendienst da ranzugehen, wenn die vielleicht bewaffnet sind mit einer Machete. Ich hatte zum Beispiel meinen ersten Einsatz, war ein psychisch kranker Mensch, der sich mit einer Machete in einem Hinterhof, ich möchte nicht sagen verbarrikadiert hat, aber zumindest dort aufgehalten hat und auch die eingetroffenen Einsatzbeamten, also die Streifenbeamten mit der Machete angehen wollte, auf Pfefferspray nicht reagiert hat und die Beamten keine Möglichkeit hatten, auf diese Person einzuwirken, wo wir natürlich mit unserem Gerät, weil wir andere Ausstattung haben, andere Ausrüstung haben, viel besser auf die Person einwirken können, ohne dass die Person am Ende auch zu Schaden kommt. Denn das ist kein Mensch, der das jetzt aus purer Boshaftigkeit oder Absicht tut, sondern der ist psychisch krank und braucht am Ende des Tages irgendwie Hilfe. Und auch da kommen wir dann ins Spiel, weil die Gefährdungslage ist trotzdem natürlich durch die Machete extrem hoch. Und genauso ist es auch bei irgendwelchen Einsätzen, wo Schusswaffen im Spiel sind. Ich habe zum Beispiel auch in meinem Buch darüber geschrieben, wir waren bei einem ehemaligen Fremdenlegionär, der eine sehr gute militärische Ausbildung hat, der eine Bewaffnung hatte, wo der normale Streifendienst einfach keine Möglichkeit hat, da irgendwie ins Gebäude einzudringen und diese Person am Ende des Tages festzusetzen. Über den allerkrassesten Einsatz darf ich tatsächlich nicht sprechen, weil der eine zu hohe Geheimhaltungsstufe hat. Aber ich glaube, da, wo ich darüber sprechen kann, ist am Ende des Tages der Fremdenlegionär gewesen, mit dem es dann auch einen Schusswechsel gab und der sich in seinem Haus verbarrikadiert hat. Das war ein altes Bauernhaus in einer L-Form, also super schwierig auch, sich diesem Haus zu nähern. Dieser Mann hat damit gedroht, sich selbst zu suizidieren, hatte Bombenähnliche, am Ende haben wir herausgefunden, Attrappen im Hausflur platziert mit Gasflaschen. Und das war schon eine sehr heikle Lage, weil wir nicht wussten, wenn wir uns dem Gebäude nähern, sind diese Bombenattrappen echt. Das ist auf Entfernung einfach nicht zu sehen. Es wurde am Ende dann durch die Tür geschossen und das war schon eine sehr heikle Einsatzlage tatsächlich. Dachtest du schon mal, scheiße, jetzt sterbe ich? Tatsächlich nicht, weil ich glaube, am Ende des Tages, wenn man sich für diesen Beruf der Polizei entscheidet, sollte man sich grundsätzlich mit dem Gedanken, im Einsatz eventuell versterben zu können, auseinandersetzen. Dass das im Einsatzzenario immer noch mal was anderes ist, das wissen, denke ich, alle. Aber trotzdem sollte ich mir diese Frage schon im Streifendienst stellen, denn die Lagen da sind meistens unübersichtlich und man weiß nie, wann es irgendwie hoch eskaliert. Bei uns ist es ja so, dass wir immer schon, mit einem sehr hohen Anspannungspotenzial in die Lage reingehen. Das heißt, wir wissen, wenn wir ausrücken, dann ist es auf jeden Fall hoch gefährlich und wir sind immer hoch konzentriert. Und da hat der Streifendienst uns gegenüber einfach erhebliche Nachteile, weil er nie weiß, bei einer normalen Verkehrskontrolle könnte das jetzt eskalieren oder nicht. Wenn du natürlich ins Kommando gehst und weißt, du gehst in diese Hochrisiko-Einsatzlagen, dann solltest du dich noch mal damit auseinandersetzen, dass du vielleicht im Einsatz versterben könntest, denn es ist in der Vergangenheit einfach schon öfter vorgekommen, dass SEK-Beamte im Einsatz angeschossen oder erschossen wurden. Und für mich war das eigentlich, stand es nie zur Debatte, da jetzt irgendwie mit einem schlechten Gefühl oder mit einem unguten Gefühl in den Einsatz zu gehen. Hast du im Einsatz schon einen Kollegen verloren? Im Einsatz selber, einen direkten Kollegen damals nicht. Es ist zu meiner Zeit im Kommando jemand aus unserem Kommando verstorben tatsächlich und auch ein Kollege aus dem SEK Frankfurt verstorben im Einsatz damals. Aber in meiner Einsatzgruppe, in dem laufenden Einsatz, in dem ich war, ist zum Glück keiner verstorben. Was sind das für Menschen, die beim SEK arbeiten? Das sind keine typischen Soldaten und das sind auch keine typischen Polizeibeamten. Ich glaube, um in so einem Kommando-Dienst zu versehen, musst du schon einen gewissen Nagel im Kopf haben einfach, um dich der Ausbildung zu stellen, den Grundlehrgang zu stellen und da auch durchzukommen. Aber das sind keine schießwütigen Rambos und das sind auch keine Adrenalin-Junkies, wie man immer gesagt hat. Das sind eigentlich in der Regel alles sehr geerdete Menschen, die Familie haben, die wieder nach Hause möchten. Ich kann da für mein Kommando sprechen und für alle Menschen, die ich in Kommandos kennengelernt habe in Deutschland. Dass es da vielleicht Ausnahmen gibt, will ich nicht abstreiten. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass das ein sehr risikobehafteter Beruf ist. Aber grundsätzlich sind das Menschen, die sicherlich den Drang dazu haben, sich zu beweisen und über sich hinaus wachsen zu wollen. Aber es sind jetzt keine Rambos und auch keine Schießwütigen, die irgendwie Bock haben, jetzt in den Einsatz zu gehen und irgendwen zu verletzen oder Sach- oder Personenschaden anzustellen. Hattest du das Gefühl, deine Arbeit wird nicht wertgeschätzt? Auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es sowieso so, dass Polizei und auch Militär, glaube ich, in Deutschland ein relativ schlechtes Standing haben. Wenn man sich das jetzt zum Beispiel mal in der USA anguckt, da werden Veteranen ganz anders gewertschätzt als hier. Ob das jetzt unbedingt immer so gut ist, wie es in der USA läuft und wie extrem es da ist, das möchte ich jetzt auch nicht ins richtige Licht rücken, dass das der richtige Weg ist. Aber ich glaube, wir haben immer Schwierigkeiten, die gesunde Mitte zu finden. Es ufert entweder in die eine oder in die andere Seite aus. Und ich glaube, dass es grundsätzlich schon so ist, dass die Leute ein sehr negatives Bild der Polizei haben und auch ein sehr negatives Bild vom Militär haben. Und am Ende des Tages ist es in unserem Fall im Kommando immer so gewesen, dass wir sehr gut dafür da waren für die Politik oder auch für die Gesellschaft, wenn man sagen konnte, ja, die gibt es ja und die kriegen jetzt auch hier mal ein neues Auto und es ist total toll, dass wir die haben. Wenn dann aber wirklich was passiert und es ging um Leben oder Tod und auch wir hatten eine extreme Gefährdungslage für uns und wir möchten zu Hause nach unseren Kindern, dann werden wir damit oft sehr alleine gelassen. Und das nicht nur von der Politik, sondern auch dann einfach in den Medien von der Gesellschaft komplett auseinandergepflückt, weil dann stellt sich auf einmal keiner mehr dahin und sagt, ja, ist ja toll, dass wir die haben, sondern dann sind wir wieder die schießwütigen Rambos, die gerne losgehen und Schaden anrichten. Für mich war meine Reise tatsächlich einfach vorbei und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass das mir nicht leicht gefallen ist. Das war eine Entscheidung, die ist tatsächlich über ein paar Monate herangereift, weil das auch keine Entscheidung ist, die man von heute auf morgen trifft. Weder, dass man das Kommando verlässt, denn das war immer das, was ich bei der Polizei unbedingt machen wollte, noch weniger die Entscheidung, den Beamtenstatus aufzugeben. Und das ist über ein paar Monate dann tatsächlich in mir herangereift, dass ich einfach nicht mehr so glücklich war und auch nicht mehr dieses Feuer so in mir drin gespürt habe, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und das hatte nichts mit der Arbeit im Kommando an sich zu tun oder mit den Kameraden oder mit allem, was da so passiert, sondern einfach mit der Behördenstruktur drumherum. Denn es ist am Ende so, die Behörde macht einem das Arbeiten bei der Polizei, aber auch in so einem Kommando unglaublich schwierig. Und ich habe einige Fälle in meinem Buch auch beschrieben, wir durften eine Zeit lang keine Überstunden machen, was einfach faktisch nicht umsetzbar ist in so einem Kommando, dass man einfach nach acht Stunden stempelt und nach Hause geht. Und das sind alles so Dinge, wo man einfach aufgrund dieser festgefahrenen Behördenstrukturen und dieser Bürokratie sich tot verwaltet, die mir den Spaß am Arbeiten genommen haben. Ich weiß, dass es einigen Kollegen und auch ehemaligen Kameraden so geht, die aber trotzdem natürlich sich irgendwie verpflichtet fühlen, ihren Dienst weiter dort zu versehen oder auch ihren Beamtenstatus nicht aufgeben wollen. Und auch das kann ich völlig nachvollziehen. Aber ich habe für mich einfach ungefähr vor zweieinhalb Jahren, ich bin im März 2022 dann bei der Polizei ausgeschieden, die Entscheidung getroffen, dass ich das definitiv nicht bis 1963 so weitermachen möchte. Und das hatte nichts mit der Polizeiarbeit zu tun oder mit der Arbeit im Kommando oder den Kameraden oder den Kollegen auf der Straße, sondern einfach mit den Behördenstrukturen. Denn ich glaube, dass es, wenn man sich da frei entfalten möchte, ein schwieriger Weg ist, da in der Behörde wirklich am Ende des Tages seinen Frieden zu finden. Und was machst du heute? Ich bin ungefähr im März 2022 bei der Polizei dann raus tatsächlich, also wie gesagt auch noch gar nicht so lange. Und ich habe angefangen, mir die letzten Monate in der Polizei eine Fußballtrainerkarriere aufzubauen. Das heißt, die letzten Monate, wo ich zwar noch Polizist war, aber schon nicht mehr im Kommando war, habe ich im Lagezentrum hospitiert im LKA. Und habe angefangen, Fußballprofis und auch Spieler aus den Nachholungsleistungszentren, zum Beispiel von Hannover 96, im Techniktraining, im Fußball, in der Athletik ein bisschen und aber vor allem auch in der Videoanalyse zu unterstützen und auch dort zu trainieren. Und habe mich damit selbstständig gemacht und bin dann durch einen, ja, eigentlich eher kuriosen Zufall im Oktober 2022 auf YouTube gelandet mit einem eigenen YouTube-Kanal und mache das jetzt auch seit Oktober 2023 quasi Hauptprofi. Das heißt, ich mache jetzt auch keinen Fußball mehr, sondern es ist inzwischen so viel geworden, dass ich Hauptzeit Content Creator bin und auf YouTube, Instagram, Twitch meinen Content bringe und meine Projekte durchziehe. Was waren deine größten Learnings beim SIK? Ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, war unter anderem, mich unterzuordnen, einfach um in einem Team zu funktionieren, weil in so einem Kommando einfach sehr viele krasse Individualisten arbeiten und sich da einfach vernünftig in einem Team einzufügen, war mit. Und das, was ich am meisten fürs Leben gelernt habe, dass es nämlich wichtig ist, sich selbst nicht immer an erster Stelle zu stellen. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt war für mich auch durch diese Geschichten mit dem Hinterherlaufen beim Sport und mich da einfach vernünftig einer Gruppe unterzuordnen. Genauso aber auch die Selbstkontrolle, einfach in gewissen Situationen seinen Puls und auch seine Atmung so zu kontrollieren, dass ich trotz körperlicher Anstrengung geistig, kognitiv, aber auch körperlich in der Lage bin, meine Dinge abzuarbeiten. Denn man kann das an einem einfachen Beispiel bringen, wenn ich in den siebten Stock laufe mit 45 Kilo Zusatzgewicht und komme oben an, muss ich arbeiten können. Das heißt, ich muss im schlimmsten Fall mit meiner Schusswaffe agieren und muss dann auch treffen auf das, was ich schieße. Und sich da dann einfach in so einen mentalen Fokus zu bringen, sich selbst zu regulieren, seinen Puls zu regulieren, auch den Stress runter zu regulieren, ist so, glaube ich, mit das Wichtigste, was ich überhaupt dort gelernt habe. Und vor allem aber auch Achtsamkeit. Denn wir sind die ganze Zeit irgendwie mit Leben und Tod konfrontiert, weil die Einsatzgefährdung einfach sehr, sehr hoch ist. Und das hat mir einfach gezeigt, dass es umso wichtiger ist zu Hause mit der Familie, aber auch wenn man mit den Kollegen vielleicht mal zusammensitzt und es einfach schön ist und lustig ist, diese Momente einfach bewusster wahrzunehmen und dann auch einfach im Moment zu sein. Hast du deiner Partnerin von deinen Einsätzen erzählt? Du kriegst jetzt so eine Beamtenantwort, pass auf. Also grundsätzlich ist es so, auch wenn ich irgendwie mit meiner Partnerin spreche oder mit meiner Ehefrau spreche, in anderen Fällen ist es natürlich eine Tatsache, dass ich sowieso der Geheimhaltung unterliege und aber auch dem Datenschutz. Das heißt, selbst wenn ich jetzt von einem Einsatzszenario spreche, wie zum Beispiel mit den Dingen, die ich im Buch geschrieben habe, dürfen wir natürlich keine Personalien weitergeben. Also auch nicht an meine Ehefrau, darf ich aufgrund von Datenschutz jetzt sagen, das war jetzt Peter Müller, der da durchgedreht ist, sondern ich muss dann halt einfach bei Anonymität bleiben. Und aber auch, und da sind wir wieder beim Thema der Gefährdungslage beziehungsweise auch der Geheimhaltungsstufe, es gibt halt einfach Dinge und es gibt einfach Einsätze, über die dürfen wir nicht sprechen, weil wir natürlich einer Geheimhaltungspflicht unterliegen und wir auch auf diese Geheimhaltung überprüft werden. Das heißt, ich habe eine Sicherheitsüberprüfung über mich ergehen lassen, ich musste Familie, Freunde, Verwandte angeben, ich musste durch das LKA prüfen lassen, ob irgendwie schon mal Leute in meiner Vergangenheit, in meinem Umfeld kriminell geworden sind oder, oder, oder. Und das ist natürlich einfach ein Punkt, wo man dann sagen muss, man sollte sich da sehr gut überlegen, ob ich jetzt Familie, Partnerin oder sonst irgendjemanden von irgendwelchen Einsatzzenarien erzähle. Was macht die SEK-Arbeit mit einer Partnerschaft? Ich glaube tatsächlich, dass das sehr individuell ist. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die da besser mit umgehen können. Ich weiß, dass es aus meiner vergangenen Partnerschaft tatsächlich immer so war, dass wenn nachts das Handy geklingelt hat oder wir irgendwo hinfahren mussten, es gab eine Gefährdungslage, sich da natürlich immer sehr viele Gedanken gemacht werden. Und es ist super schwierig, es auch mit der Partnerin über gewisse Dinge zu sprechen, aufgrund von Datenschutz oder Geheimhaltung, aber auch, weil man natürlich belastende Einsatzzenarien hatte, die vielleicht irgendwie in einem noch arbeiten, weil man schlimme Dinge gesehen hat oder Dinge tun musste, um einfach ans Einsatzziel zu kommen, ist das eine Sache, die eine Partnerschaft schon sehr belasten kann und auch die Dienstzeiten sehr belasten kann. Denn es gibt einfach viele Überstunden und es gibt einfach viele Situationen, in denen man dann losfahren muss oder die Familie verlassen muss. Ich hatte zum Beispiel auch schon Heiligabendeinsätze, wo ich dann einfach vom Familientisch aufgestanden bin. Das ist definitiv eine Belastung, aber nichts, was man nicht schaffen kann mit einer guten, funktionierenden Kommunikation, denke ich. Die Partei Die Partei Die Partei Die Partei